Dann geht es auch leichter mit den Pflichtübungen, weil man sich zunächst auf das eingelassen hat, was für das Kind, was es gerade gern tut. Das ist keine Allerweltsregel, aber für mich ist doch ganz wichtig, dass wir auch den Bedürfnissen, wir sagen ja, die Eltern haben ein Bedürfnis nach Ruhe. Und bitte nicht zu viele Menschen. Sie haben auch ein Bedürfnis nach Geselligkeit. Verbindet doch beides mit Namen. Und versorgt auch diese Geselligkeit in die Einrichtung zu bringen und nicht nur jeder in seinem Zimmer. Jetzt habe ich noch ein anderes Thema, was mich ganz schrecklich, und das ist ein großes Thema bei Ihnen, der Populismus auf der ganzen Welt, der Nationalismus, dass es wieder möglich ist, dass man offenen Antisemitismus austrägt. Und das nimmt ja bei Ihnen einen großen Teil Ihres Buchs. Seit Jahren arbeite ich an der Frage, wie gehen wir um mit Flüchtlingen, wie gehen wir um mit Menschen aus anderen Kulturen, wie gehen wir um mit Behinderten. Wir kriegen ja die Benachteiligung in der eigenen Kultur, aber auch in den gemischten Kulturen. Überleg nicht mal, ich sagte heute Morgen, stellt euch mal vor, alle Flüchtlinge würden nach Hause gehen. Wir kämen ja in eine ganz schöne Notlage. Julia, ja, richtig, ja. Aber ich meine jetzt gerade auch den Antisemitismus, der jetzt wieder so... Ja, nein, wir sprechen ganz für jedes Thema. Genau. Woran liegt das? Also gerade auch in Europa, jedes Land hat plötzlich nationalistische Politiker an der Macht. Und ist das eine Gegenbewegung zu der tollen Idee Europa? Oder woher kommt es, dass das plötzlich offen ausgesprochen wird oder auch gelebt wird hier? Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass das wieder sein kann. Es gibt sicherlich nicht die eine Antwort dazu, sondern...